Der Himmel war dunkel und Wolken verhangen, als Sascha ihren VW-Bus über die Elbbrücken steuerte. Ihren VW-Bus? Eigentlich war es Martins Auto, aber der brauchte ihn ja nun nicht mehr und sie war sich sicher, er würde nichts dagegen haben, dass sie nun damit unterwegs war. Er hatte seiner kleinen Schwester noch nie etwas verboten, hatte stets versucht, sie vor dem Übel der Welt zu beschützen und ihr dabei zu helfen, trotz der schwierigen Umstände ihr Leben zu meistern. Ohne ihn hätte sie sich wahrscheinlich nicht um einen Platz für den Studiengang Medizin beworben, hätte nach der ersten Absage nicht weiter daran geglaubt und nicht die nötigen Wartesemester in ihrem Beruf ausgeharrt. Ohne Martin würde sie wohl weiterhin am Klinikum in Schmallenberg als Krankenschwester arbeiten, doch er hatte ihr stets Mut zugesprochen, hatte sie motiviert, wo und wie er nur konnte. Wenn du nur wirklich willst und an dich glaubst, kannst du alles erreichen, hatte er ihr gesagt. An sich geglaubt hatte Sascha zwar nie wirklich, viel zu groß waren ihre Selbstzweifel, aber dank Martin verfolgte sie ihren Weg weiter. Und dann kam eines Tages die Zusage aus Münster. Sie hatte gar nicht mehr wirklich daran geglaubt, im Gegensatz zu ihrem großen Bruder, der sofort eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank holte, als sie ihm den Brief zeigte. Ihren Eltern wollten sie vorerst noch nichts davon erzählen, sie wusste ja, wie ihr Vater zu der Idee stand, dass seine Tochter studieren wollte. Und ihre Mutter würde sie sicher auch nicht in dem Vorhaben unterstützen. Dafür hatte sie zum Glück Martin. Mit ihm zusammen kümmerte sie sich um die organisatorischen Angelegenheiten, suchte eine Wohnung, erkundigte sich über das Angebot der Uni Münster und darüber, worauf sie alles vor dem Beginn ihres Studiums achten musste. Jetzt aber fuhr sie nach Hamburg hinein, hatte Münster im wahrsten Sinne des Wortes einfach links liegen lassen. Für eine fixe Idee, für ein Gefühl. Oder war es doch mehr, was sie hierhin führte? Was erwartete sie von ihrem Besuch in der Hansestadt? Wollte sie sich ihrem Bruder nahe fühlen? Wollte sie die Orte und Plätze mit eigenen Augen sehen, von denen Martin ihr immer erzählt hatte? Oder wollte sie einfach nicht sofort in Münster, in ihrem neuen Leben ankommen, es noch etwas hinauszögern? Wahrscheinlich war es von allem etwas. Wirklich darüber nachgedacht hatte sie bewusst nicht. Sie hatte immer weiter Rachmaninoff gehört und den Bus in Richtung Norden gesteuert. Und nun war sie angekommen, hatte die Elbbrücken bereits passiert und fuhr in Richtung Zentrum an den Deichtorhallen vorbei, hatte Martin nicht mal von einer Fotoausstellung geschwärmt, die dort stattfand, weiter in Richtung Hafen. Der Verkehr hatte stetig zugenommen und sie musste sich sehr konzentrieren, nichts und niemanden zu übersehen. Die Straßen waren so breit, die Gebäude so groß, die Autos so zahlreich. Das war sie aus Völkinghausen und dem Sauerland nicht gewohnt. Und woanders war sie noch nie selber Auto gefahren. Natürlich war sie schon in Großstädten gewesen, hatte des Öfteren das Nachtleben im Ruhrgebiet kennengelernt, Köln und Düsseldorf zu Karneval besucht und auch schon mal Reisen nach München und Paris unternommen. Aber da saß sie nie am Steuer, hatte sich immer nur mitnehmen lassen. Jetzt war sie ganz alleine unterwegs und so fühlte sie sich auch. Verlassen und verloren in der fremden großen Stadt. Wo sollte sie hinfahren? Welches Ziel zuerst ansteuern? Sie folgte weiter der Straße. Über einer U-Bahn-Brücke las sie das Schild Rödingsmarkt. Kurz dahinter tauchte auf der linken Seite eine große Kirche auf. War das der Michel, von dem Martin ihr erzählt hatte? Von dessen Turm aus man einen wunderbaren Blick über die Stadt haben sollte? Heute allerdings bestimmt nicht. Viel zu düster und regnerisch war der Himmel. Viel zu grau erschien ihr die ganze Stadt. Vor ihr gabelte sich die Straße und Sascha folgte ihr nach links in Richtung Hafen und Reeperbahn. Das war es, was sie mit Hamburg verbannt, wovon Martin ihr immer wieder erzählt hatte. Und ehe sie sich versah, befand sie sich auch schon auf Hamburg sündiger Meile, vorbei an den tanzenden Türmen und dem Musicalhaus. Sie fragte sich, was an dieser Straße so besonders sein sollte. Abgerockt und trostlos wirkten die meisten Gebäude auf sie. Auf den Gehsteigen saßen alle paar Meter Obdachlose und Bettler, Punks mit Hunden und Alkoholiker, umgeben von Tüten und Müll. Über den Eingängen der Bars, Restaurants, Clubs und Sexshops blinkten billige Leuchtreklamen von Glanz und Glamour, war hier aber weder etwas zu sehen noch zu spüren. Ehe sie diese ganzen Eindrücke wirklich aufgenommen hatte, war sie auch schon am Ende der Reeperbahn angekommen und bog nach rechts ab in die Holstenstraße. Nein, der erste Eindruck von Hamburg war nicht der beste. Inzwischen fuhr sie das dritte Mal über die Reeperbahn, die davon auch nicht attraktiver wurde. Irgendwie drehte sie sich, oder vielmehr fuhr sie, nur im Kreis. Nach einiger Zeit tauchte links vor ihr das Stadion des FC St. Pauli auf, danach ein großer freier Platz. Vielleicht würde sie hier parken können, dachte sie, und bog in die nächstmögliche Straße links ab, die den schönen Namen Holstenglassis trug. Die Zufahrt auf das freie Feld war kostenpflichtig, aber auch am rechten Straßenrand gab es Parkbuchten. Sascha hatte Glück und vor allem transparent mit der Aufschrift »Fliegende Bauten« fand sie eine Lücke und steuerte ihren Bus hinein. Sie schaltete den Motor ab und lehnte sich zurück. Erst jetzt merkte sie, wie erschöpft sie war. Als sie ihren Kopf zurück gegen den Sitz lehnte, fielen ihr die Augen zu und sie ließ sich vom Schlaf überwältigen.